Weltraum, Open World, Sandbox, MMO, in den Dreh, sowas. Und ich war jetzt gerade Erz... Ach cool, wenn du irgendwas Autothysien siehst, direkt umdrehen. Das sind Endgame-Invasions-Gegner, die hatten mich zu einem Rage-Quit gebracht. Was bist du denn heute Morgen so mitteilungsbedürftig? Entschuldigung. Wollte heil sagen. Der Kater hat mich gerade schon ganz weiß gemacht mit seinem Fell. Hallo Him, du tritzt mich. Ja. Das ist wie seine Liebe zeigt. Ja, durchtritte. Ja, Him, das ist ja schön. Ja, auch. Irgendwie schon wieder Hunger. Ich habe gerade erst gegessen, ich habe schon wieder Hunger. Aber ich habe heute auch noch nicht viel gegessen. Eine Scheibe Brot eigentlich nur. Ja, das kann der Kater sein. Hm. 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 Wo ist jetzt... Aha. So geht das. Ich lerne. So, jetzt muss ich nach... komme ich da jetzt hin moment so gespräch beginnen let's go hallo ich hätte hätte die sieht genau aus wie die andere alte wie kann die denn überall sein magie so hast immer in der stadt zu ist jetzt endlich mal was anderes das glaube ich dir wo es ist ja für ein riesen teil kurs setzen ich alle griffen so kann er denn aus 24.000 kilometern entfernung schießen und jetzt ja und nun ja wo bin ich jetzt gerade gestorben kann ich jetzt irgendwo sehen ja 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 annäherung an das sprungtor ich weiß noch nicht wie ich meine route vernünftig sonst plane wenn ich nicht einen wegpunkt setze und dann da alles sie dann dahin für den kurs jetzt und dann fliege kein auto könnt weil du dann abgefangen werden kannst du hast im overview die gelben markierungen ok ich mache den autopilot aus ja war aber aber ich kann das doch nicht oh bitte kein autopilot wieso aber ich kann mir doch nicht merken wo ich hin muss ich muss ja wenigstens wissen das system kommen wo ich gestorben bin und dann dann mache ich ja auch kein autopilot mehr aber zum springen mache ich autopilot sonst weiß ich nicht wo ich hin muss ich bin freiwillig nur bis 0,8 gegangen die 0,6 0,4 sektor ärzte sind mit dem starter gehen nicht nett 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 war es wirklich nicht aber ich muss mein schiff halt wiederholen ich muss ja meine sachen kommen da ist ja alles drin wie riesig das universum hier einfach ist was ach guck mal der arme der ist auch hier ich kann schon mal lange eine route setzen wenn auch so noch karten für dienstag haben so jetzt muss ich hier moth arpes als missionsding bekommen bin ich blind kompakt multispektrum ja kompakt m schielt na hurra hat das eine stunde 20 zwischenzeit okay und was mache ich jetzt in der zwischenzeit moment moment ja so hallo so also moment jetzt muss ich mal gerade warte mal jetzt muss ich gerade selber erst mal gucken wo ich mir diese mission findet die ich eigentlich machen möchte moment moment da